Drei Dinge eignen sich zum Training besonders gut und sehen toll aus in deinem Wohnzimmer. Nämlich Darmatiner, Surfbretter und das neue Arts Vitality Balance Board. Das Balance Board kommt im Set aus der hochwertigen Arts Vitality Korkrolle und dem Board, das 75 cm lang und 25 cm breit ist. Damit simulierst du bei dir im Wohnzimmer ein Skateboard, ein Snowboard oder ein Surfbrett. Die beiden Löcher an den jeweiligen Enden sorgen dafür, dass das Produkt seinen Massenschwerpunkt genau in der Mitte hat. Außerdem kannst du daran Gummibänder oder andere Utensilien befestigen, wenn du ganzheitlich trainieren möchtest. Das Board ist aus europäischer Buche in Deutschland gefertigt und mit wasserbasiertem Lack veredelt. Der Anti-Rutschaufkleber bringt dir zusätzlichen Grip. Trainiere mit diesem Produkt deine Stabilität, trainiere Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Gleichgewicht. In einem weiteren Film stelle ich dir eine Version des Boards mit dem Wubblesmart-Effekt vor. Wenn du dich für das Thema Sport und Gesundheit interessierst, abonniere sehr gerne unseren Kanal. Hinterlass uns gerne Kommentare und wenn dir der Film gefallen hat, gib uns den Daumen hoch.